So und vermutlich kriege ich jetzt massiv auf die Nuss. Ah genau. Ich bin hier alles, was ich reparieren muss. Aber Leute, ich gehe so davon aus, dass wir jetzt so massiv auf die Nuss kriegen, weil ich habe es wieder nicht geschafft, diese Hightech-Gebäude zu bauen. Und im nächsten Durchgang konzentriere ich mich auf jeden Fall darauf, dass ich das irgendwie besser angehe. So, jetzt mal kurz was schauen. Kann ich... ...upgrade. Was nicht der selben Sache. ...upgrade in Prozess. Das wird viel Aufmerksamkeit bringen. Wir sollten unsere Gefängnisse stärken, wie wir können. Dinge werden sehr heißen, sehr schnell werden. ... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 This might be difficult This should stop them from gathering in this area And improve our chances of survival We've made all the preparations that we could Let's go out and meet them Every bit helps I have this thing just upgraded, no? Let's go out and meet them Let's go out and meet them Let's go out and meet them Komisch, ne? Als wenn da das Update irgendwie nichts gebracht hätte Okay Ja, uns hat's jetzt kurz gerissen Ehrlich, ich muss das eh neu anfangen Aber wir versuchen natürlich Solange es geht zu überleben Türme sind gut Die randalieren ordentlich Threat neutralized This will buy some time until the next attack Let's check what's new after the HP upgrade Ja, von wegen Von wegen Die Attacke ist abgewehrt worden Jetzt vielleicht Erstmal muss ich gucken Was wir draußen aufnehmen können Hier ist überall nichts dazu gekommen Also nichts an Baumöglichkeiten Wann soll ich denn sehen was Neues? Hier steht doch New Item is available Okay Okay Hä? Und wie, 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 ähm, füge ich die jetzt an? Die habe ich doch alle nicht, ne? Ach Gott. Ja, ist immer noch eine frühe Version, vielleicht deshalb. Und wie, wie, ähm, füge ich die. Okay. ja dann machen wir das auch versuchen die letzten vier minuten zu überstehen stil storage is full build more storage facilities jetzt ist es gut jetzt nur noch fast drei minuten also das was jetzt kommt könnte mir vielleicht einfach lange aufhalten vielleicht kommt auch gar nichts weil wir schon so viel ausradiert haben so so Habe ich das auch nicht? Ne, habe ich noch nicht. Ah, das hatten wir schon mal, das Thema, glaube ich. Communication Hub. Ach, verdammt. Das brauche ich eigentlich. Und dann kann ich mit neuen Blueprints auch neue... Ah, okay. Nicht genug Carbonium. So, ich sammle jetzt mal... Also, zwei Minuten noch. Ich denke, dass wir es schaffen. Und dass wir tatsächlich nicht so stark angegriffen werden, wie erwartet. Ah, die ganze Karte abgerannt schon. Vielleicht haben wir Glück. Und überleben das. Und man muss auch wirklich, wenn man spielt, glaube ich, mehr auf diesen Speichercharakter ausgehen. Also, man mehr Ressourcen speichert, die man farmt. Ich will nur mal kurz gucken, wie das geht mit den Blueprints. Ah, ja. Okay, schauen wir mal kurz. Ähm... Erneuerbare Energie. Dann können wir unsere Energiegebäude nämlich upgraden. Factory 2, Defense Towers, Artillery. Oh, ja. Kostet aber sehr viel Zeit. We can now use it to download new technologies. Ach, vielleicht muss ich gar nicht zurückriften. Da habe ich noch nicht aufgeklärt. Hier ist nochmal ein großer Trupp anwesend. Aber... Ach so. Diesen Angriff muss ich jetzt überstehen, ja? Und erst dann kann ich es zurückriften. Ach, hey je. Okay. 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 Oh, mein Gott. Ich glaube, dies ist wieder das Pappen. Ich glaube, dies ist wieder. Was kommt denn hier alles? Ich glaube, dies ist wieder yet. Okay, ich bin hier alles. Also, noch nicht alles. Ich glaube, dies ist heute nicht immer wieder. Okay, also wir müssen viel früher anfangen, die Updates durchzuführen. Das war's. Eindeutig zu krass. Okay, Leute, wir fangen nochmal neu an im nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.